Heyo, liebe Let's Play Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play The Halloween. The Halloween ist, bevor ich hier anfange, ein Spiel von den Machern von The House 1 und 2. Und ja, fangen wir mal an. Ich habe keine Ahnung. Das ist Licht, schätze ich mal. Ähm, wir haben unten keinerlei Räume, wie bei The House, von daher weiß ich nicht. Äh, das war keine gute Idee. Äh, wie lang dieses Let's Play sein wird, ich würde sagen, mal schauen. Äh, jo. Du scheiß Kürbis! Äh, ja, bisher können wir anscheinend nur den Lichtschalter betätigen. Und den Kürbis. Und wer das kleine Arschloch gesehen hat, ja, ich zitiere einfach mal, du scheiß Kürbis! Komm her! Guter Film, guckt ihr euch an. Ähm, ich meine, so gerne ich Lichtschalter auch an und aus mache. Ist das alles? Ähm, hallo? Ja, das ist ein tolles Horrorspiel. Ähm, ja, klasse. Wuh, Partytime, würde ich mal sagen. Ähm, Kürbis! Was muss ich mit dir machen? Klär mich auf. Mach mal Licht aus. Licht aus, hab ich gesagt. Aus damit! So. Ganz ehrlich, Leute. Keine Ahnung. Es scheint nichts anderes hier. Klär mich doch auf, was ich mit dem machen muss. Irgendwas hier, was ich noch anklicken kann. Seht ihr irgendwas? Oh, Gott. Jesus Christ. Vielleicht muss ich einfach nur... Da hat sich was be... Oder? Bin ich jetzt wenigstens... Die Maus verändert sich nicht. Das heißt, ich kann nichts anklicken. Quadram nochmal. Das geht bestimmt auch noch smarter, aber... Kommt schon, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Wow, what the... Wow. Ho, ho, ho. Du scheiß Kürbis. Fick dich. Jesus Christ. Dreck Strom. Oh, was hab ich jetzt anders gemacht? Ah, ein Zettel. Kann ich gesehen. Wer bist du denn? 31. Oktober 2010. Halloween ist das jährliche, ist ja jährliche Tag. 31. Oktober. Vor allem in den Vereinigten Staaten. Kanada, Irland und... Oh, äh, in, äh, in UK. Bla, 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 uninteressant. Ja, schön. Interessiert mich nicht. Er hat mir nur gerade gesagt, was Halloween ist. Vollkommen... Gruselig. Danke, Sinteri Studios. Hallo, Herr Kürbis. Hallo, Füße. Ja, drive the darkness away. Hm, ich weiß Bescheid. Shut up. Hallo? Hallo? Ich würde gerne... fortfahren. Darf ich? Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, klick. Ich werde dir nur bequatscht. Ich sag mal so, wenn der Haus schon Action... Also, ich sag mal, Action-mäßig nicht so führend ist. Dann frage ich mich, ob ich hier einfach nur meine... Sitze ich hier eigentlich meine Zeit ab? Bis irgendwas passiert? Alala. Also, entweder ich... Nein, nein, ich hab mit der richtigen Monster geklickt. Passiert ihr auch noch mal was? Das ist so spannend, wie E-Mails abchecken, ehrlich. Na, komm. Alala. Oder bin ich... Übersehe ich irgendeinen Riesenzettel? Ich glaub nämlich nicht. Wow! Da wollte ich gerade mal bei Panics gucken, wie viel... Wie viel Aufnahme-Minute-Zeit wir sind und dann auf einmal... Kaum... Kaum klick ich wieder auf Firefox... Bam! Scan miss. Are you kidding me? Ich hab so'n Ding nicht. Hallo, Herr Kürbis. Du hast mich schon erschreckt. Einmal reicht. Woa! Jesus Christ! Hi. Huh. No. Hi! Alles klar? Oh, lustig. Lustig, lustig. Ich will wissen, was passiert, wenn ich jetzt nicht los mache. Leucht's dann auch so lustig. Ja, ich seh, dass da jemand hinter steht. Zeig dich, du Sackgesicht. Scan this. Ich frag mich, was das ist. Ich kann das nicht scannen. Ich weiß aber, dass es diese komischen Scanner gibt. Dafür. Hallo? Ich glaube, ich werde erschreckt. Ihr hört das auch, oder? So, der Zettel ist weg. Das ist weg. Heißt, ich kann nur die Nichtschalter betätigen. Wow! Ehe. Ja, das Wallpaper will ich mir auch auf jeden Fall anschauen. Fuck, ich hab vergessen, er mich echt noch auszustellen. Scheiße. Ja. Gut. Das war The Halloween. Acht Minuten Aufnahme. Und mit diesem, ja, wer dieses tolle Wallpaper haben will, googelt einfach nach The Halloween auf GameShed.com. Ja. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt ein tolles Erlebnis war oder nicht. Ekelhafte Familie. Egal, bis zum nächsten Let's Play. Euer Andi. Oh Gott. Jesus Christ. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020